Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Speedrunners, zusammen mit dem Jonathan. Hallo. Ja. Mama, ich weiß es schon nicht mehr, weil wir es so lange nicht mehr aufgenommen haben. Wir fangen heute direkt mit einer geilen Workshop-Map an und ich bin direkt draußen, weil ich den falschen Weg genommen habe. Schade. Ja, wir haben das tatsächlich schon länger nicht mehr aufgenommen, das Spiel. Ja. Und bist du schon richtig hart in Weihnachtsstimmung? Ach ja, geht schon. Könnt krass sein, aber passt schon. Ja. Alter, nein, das machst du! Ja, da, das genau. Ja, was? Nein, darf gewonnen! Ja, was? Oh shit. Buggy ist Spiel ever. Richtig unverdient, ey. Alter, ich muss meine Sound-Datei nachher so hart anpassen. also was hat das denn für eine verarsche guck mal du weißt ja wie leist ich mein micro ab ich hab's fast geschafft zu übersteuern das war auch richtig richtig krass betrug das war richtiger betrug ich rieche doping wo geht's denn lange keine ahnung ich kenne den web nicht das ist immer das problem bei workshop maps wenn man vorne ist alter was ist denn gerade mit meinem rumble pack los ist übertreibt wichtig seine lage alle kisten wohl mitgenommen sehr gut ich bin jetzt wieder ganz hinten ist nicht so cool weil das ist das denn ja ohne will warum war und nicht offen ja ich hab wahrscheinlich verloren gewinnt auf dem der der als letztes übrig bleibt oder was gefühlt schon aber der war ja aus dem bildschirm vorne aber ja so war es ja bei mir vorhin ja du hast auch vorne aus dem bildschirm raus komisch was so ein scheiß das ist jetzt mal auf weil es ist ja wirklich doof ich überlege ob ich da stehen bleiben soll vielleicht klappt es ja aber ich ziehe die nudel auch so ab so eine kiste erstmal noch eine kiste noch eine kiste ja einmal eine okay ob es das ist auch schlecht gemacht ja jahre oder nötig parkfunktion weil er hatte auch wieder ein bambus internet war ja so wie vorlauf zu verswiteln das ich gar nicht irgendwie haben zu einzelne spiele immer so krankheiten ist wie bei rocket league da sind immer alle afk okay aber das hat man schon passt hat jetzt gestimmt das war schon okay also wie mag ich die netten nicht die ist eigentlich von der art ist die eigentlich standardmaps ziemlich gut angelehnt aber irgendwie funktioniert es war komisch der fehlt halt irgendwie der flow er soll auch sagen dass der schaffte das ist irgendwie so hakelig gefühl ja ich bin schon wieder raus ich habe so gut angefangen fahrgaben fehler gemacht das war's scheiße der schwebt wiederum ja der praktisch dann wiederum kennt man die rakete alter die war krass ja richtig krass ich war gerade auf dem score und guck mir dem sein name an gott marco lollo ich finde schon mal gut dass er also hat schon mal gesundes selbstwertgefühl sag ich mal erst mal 60er ping am start der andere 90er ping fast ja man mal machen würde nicht wahr denn ihr haben sie muss mal wieder ein bisschen schneller laufen kommen jetzt höchstet euch endlich mal spacken da aber der name ist echt geil feier was marko lollo hashtag und das sehr sehr und nein was von ist so an a a a r b a r b a r b a d jetzt schon das zweite mal gewonnen okay falsche wir sind doch voll dumm warum lebe ich noch, warum lebe ich noch aber jetzt nicht mehr ja ich geh jetzt drauf nein die haben, what the fuck ok sorry Leute, das war ganz richtig dumm hä, wir standen halt auch in die Richtung ja ja, deswegen die haben die Map halt wahrscheinlich schon sieben Mal gespielt, deshalb wusste die das vor allem Hauptsache ich wollte die erstmal auslachen und sagen, ha die Opfer sind erstmal in die falsche Richtung gerannt das sind wir einfach selber in die falsche Richtung gerannt das ist uncool das ist richtig uncool voll aufgeholt wieder ich bin noch voll dabei ja ich bin ganz vorne, aber es wird mir wieder nichts bringen wie immer nein, ich bin schon wieder draußen lol deine Backform hä, was hat das wie funktioniert diese Stelle, hä, man ja, die ist irgendwie, ja, da musst du ähm, dich oben an dieses Zeug da also an dieses Teil da dran hocken und dann irgendwie so rum swingen, aber das ist wirklich schwierig so eine scheiß map, was wir warte solche kacken ja, genau, ja, das ist normal der legt nämlich nichts runter ja, das ist auch gut so, ja, ich glaube es hat keine auch die den workshop genommen okay, der eine schon mal raus dieser Troller also, der Ding hat vorhin auf jeden Fall eine genommen, die Hexe ja, ich habe auch eine genommen ja, solange es nicht rocket swing ist es mir egal das hatten wir ja schon letzte Folge bei dir glaube ich ja lang, lang ist der ja aber auch schon lange nicht mehr glaube ich oh, keine Ahnung ach ja gut aber die letzte Aufnahme ist am Fall schon vorher hin nein nein hallo ich aufgeholt hab, krass ich dachte kurze ich war schon draußen Upsala mama wie löst man items aus dem Käfer tschüss ja, da habe ich verkalt am Ende, weil ich überlegen musste wie die Show um geht tja, das ist natürlich ärgerlich ja das ist richtig ärgerlich ich habe hier was geiles versucht zu machen das hat aber nicht funktioniert weil ich ein bisschen duftbar hab dich ausgewickeln das war gar ja ja genau ist klar super schnell super langsam ja ich konnte man irgendwie durch das super schnell wieder ganz gut aufholen ob sie das war jetzt aber nicht so cool oder kein problem es hat das wieder ausgeglichen oder noch mal ein Typ dabei na hier ist es irgendwo ne ja cool obwohl er ist ich glaube dass wir noch einen anderen dabei haben ja das stand gerade dass wir noch ein guter so dass es nicht so ein drücklicher Gmbl gehen ja die Kiste also siehst du so oft dass irgendwelche irgendwelche scheiße abzockt gambling seiten in ihrem name drin haben ist so krass inzwischen die wundern sich warum die das verbieten wollen das war ein legal ja das stimmt schon beziehungsweise ist es gar nicht egal weil es fucking glücksspiel an kindern ist ja und es geht halt mal gar was geht 30 zu gewinnen ja ja komm hier weihnachtsmap ja nach der scheiße workshop schon wieder der workshop ja schon wieder bambus internet war für null prozent kopfhörer leise machen das ist eine andere die hatten wir auch schon mal denkt die geht praktisch schon im kreis ok die ist so ähnlich dies halt nicht ganz so gefährlich ob sie da ist das sind da verkackt der teil ja ja das ist halt immer im kreis das kann doch ewig dauern alter ja hier wird halt viel über items denke ich die regel die eine nudel ist schon mal weg nein nein da habe ich gewonnen wir müssen aufpassen hat noch ein eis ding ist nicht dass du erwischt wäre schade stimmt die hoch hoch ob ich ihn abgeholt halt einfach dein maul ohne jetzt ganz ehrlich wo nicht dass hier noch jemand einen kreppling hook hat das kann passen ich will ja wohl computer hat immer recht scheiß doch ich dachte mal der was ist wo pass auf sie und nicht dass noch jemand ein eis hat ja jetzt hast du wieder gewonnen aber ganz unten hingehen da gibt man irgendwie auf dem netz alles klar feuer wird direkt rage spürt aber ich bin halt auch einfach klicken dauer wird doch auf ja gut wird sagen eine märkte oder ein körper noch was haben wir noch alles im angebot hier eine coole map die vergnügungspark und zwar ein 1v1 ok der panzerfahrer hat den raum betreten ja gut vielleicht machen wir da noch eins und ich schneide das kurz hier raus hier ja mal gucken und weil die panzerfahrer ist vielleicht interessanter als ein paar mehr spieler sind noch nö einer ja war das ist trotzdem einer aus einer mehr die du willst du nicht zeigen dass dich im wohnung und eigentlich voll abziehen immer ab und ab dass er war ja der kommt dann ist ein reich auch so gut dann ist er voll entspannt ja überall alle kommen aber nur einer auf dich von der ist okay okay das ist der hündchen mann guckt die hündchen mann guckt wie der hat sie nicht von dem fertig machen lassen ja es gibt aber nur ein hündchen mann ja der bin ich jetzt sind so ganz schön auf der wollen die ja ganz abziehen würde ich jetzt nicht nennen aber ja egal noch fertig sind also mich schon aber noch mal fertig fertig nein scheiße man ja das war ein fehler das war das zu dem hähnchen verschnitt zu sieg verholfen okay nur players auch noch dabei wo man gucken wie möglich der wird zwei kisten treffer okay denn nur player hat wohl eher nur kündig das ist auch deswegen nur klären wer weiß so nun players mal weggemacht hat kann sich mal wenn du player guck mal kurz ist nicht aber man ich muss bei den vorderen Weg mit dem so doof so jetzt aber und schüsse oder schädchen mal wieder den sieg ja kein problem die sehr gut aber das ist ja schön alle vier auf einmal rausgehauen ja nur weil ich wieder so doof war natürlich wegen hier hättest du es nicht gemacht das wäre es nicht so ich muss halt echt mal besser die maps practice und dafür habe ich halt weder zeit noch bock ob sie dann ist jetzt nicht so geschickt wo junge ich habe mich gerade gefreut dass man geschafft hat die richtige ecke zu nehmen ja ich würde sagen es geht noch ja gerade wenn wir noch so ein wir haben gerade mal 30 minuten aufnahmen ja eben erst mal das und das haben wir ja auch zu fördern fett einfach eine workshop mit ein paar laden wir runter ok ich bin tatsächlich eine workshop warte wenn es so cool ist habe ich da gar nichts dagegen klar weil es auch so viele super workshop maps gibt drinnen ich bin jetzt auch das war ein das war ein die die nein auch man es so scheint scheiße ganz d d Eben so ist ein guter überholen zwischen unterwegs der jungen oder wurde noch vom Ball getroffen durchführen woher kommen da hoch los das ist eigentlich eine Abkürzung ich bin aber zu blöd dafür Mann am Mann ich schwöre ich hab gleich keinen Bock mehr wir sind wohl für dich aufnehmen ich muss hier gar nichts Fakt also ich hätte kein Wachstum ist das nicht machen die ich meine ich habe heute war kurz ich glaube ich nehme schon wieder seit zwei Stunden auf und in der Zeit kam genau eine 10 Minuten woche die Folge das war richtig dumm am Mann ich wusste jetzt ist ein leuchtet um das freut mich bei mir auch so was wir haben noch dabei war so sie müssen das so war der ist auch gleich sympathisch nur weil der highgeist geschrieben hat hat es geschrieben ja der ganze am Mann ich bin gerade so nun bin ich all das kommt so das war schlecht von mir ich glaube das war es für mich oh nein ganz knapp ich bin hier gerade am Existenz Minimum in dem Spiel okay noch ein bisschen Speed oh scheiße ach man das war Assi na gut ich habe auch richtig dumm Fehler gemacht so schirm ja so war ja aber so schlecht ist der nur jetzt muss dass er dafür dass er nur player heißt ja ich bin schon ganz gut okay wie bin ich eigentlich auf die Idee kommt dass wir ausgerechnet Jump'n'Run Let's Play Let's Play könnten keine Ahnung ich mag Jump'n'Run ich hasse Jump'n'Run ups oder lol warte mal kurz ich dachte ihr seid jetzt Silio und Blue ne ne ich dachte auch am Anfang aber nein zum Glück nicht wenn mir das bisschen früher aufgefallen dann hätte ich schon ein bisschen früher weggehen können das ist mir ja nicht hey fun und euch noch mal eine hey was selbst getroffen scheiße kacke das hat dadurch war das voll useless stark wow hat halt nichts gebracht ach man was kommt denn jetzt hier alles da lang? Fragezeichen ja Glück gehabt jetzt was kommt denn hier keine Ahnung einfach irgendwas drücken oh nice hier spät einfach rückne scheiße rein ja mach mal noch eins ja mach mal noch eins das passt dann von der Zeit her ganz gut da haben wir insgesamt 20 Minuten etwa das ist doch gut schon wieder eine Workshop Map habe ich immer einen schönen Folgentitel sehr gut sehr gut so was ist das denn hier Proto da geht glaube ich nicht lang shit oh ein Eis das ist nice lol ich bin doch gesprungen doppel Eis aber gut dadurch was ist das denn bleibt er schon wieder an der Kante hängen okay das sieht noch eine ganz schön scheiß stelle aus ja ach nee grad so geschafft irgendwie ob sie da alles wird nicht so geschickt oh aber dafür Speed nochmal Speed Speed ist immer schön oh was das denn auch Faktor von dem Weg der Nähe der Tod ich bin super schnell nein bist du nicht ja ich war ganz knapp also Millimeterleiter hinterlegt wird gewesen den Tod von der Schippe gesprungen von Kirol nein du Asi und damit habe ich mich als wir beide gefilmt ich bin der Finisher jetzt kommt meine Lieblingsstelle wieder hier ja ok von da aus war es eigentlich gar nicht so schwer oh shit Feindschild nein hab ich ihn erwischt scheiße ey die Map ist so mega unübersichtlich einfach schon wieder den falschen Weg genommen ey kacke ok ein paar Kisten oh das war nice ja da musst du mich ganz kurz konzentrieren dass ich das Ding ausweiche und deinen Teil gleichzeitig zünde oh ich bin so ein Vollmongo das gibt ich schwöre ich hab gleich keinen Bock mehr ist ja auch die letzte Runde dann erstmal so ich würde sagen wir lesen ein bisschen auf jeden Fall ich hab den gleichen Fehler wie vorhin gemacht scheiße ach man warum vergesse ich das immer bei der Map man New Player soll nicht gewinnen ähm müssen wir doch noch eine Runde machen ich hab keinen Bock die Folge sonst beenden zu sehen verlierend ja ja was soll ich dann nachher mit meiner Folge machen die geht dann 5 Stunden das ist erstmal gewinnen ah das machst du der Bora muss mich retten NEIN als ob ich da nicht hoch gekommen bin so ich hab's Glück ich schwöre ich muss echt mal aufhören rumzuschreien ohne Witz indirekter Kistentreffer das ist doch schon mal nice Aua hör auf du 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 so hey was was warum okay nochmal eine Runde eins geht ich hab keinen Bock zwei hier mit nur einem Sieg in einer Runde auf irgend so einer Kartenelf zu verlieren das geht gar nicht so scheiß Map erstmal natürlich ja ohne Witz ich schwöre wir müssen irgendwie die Workshop Maps sperren warte mal kurz oh der wird schon wieder Proto alter ja man kann leider keine Workshop Maps rauskicken sonst hätte ich das jetzt kurz gemacht okay die U-Bahn U-Bahn was ist das nochmal für den Map gewesen es gibt gut dass die Map nicht in Deutschland spielten das würde gar keine U-Bahn kommen ja auch um U-Bahn kommt doch nur S-Bahn kommt nicht oder ja meistens zeige ich mal was ist das denn die Fünfteabkürzung man ich gehe richtig ab ah das ist die Map jetzt ich kann mich daran erinnern was was hat denn der Walderfin Spin-Move gemacht fuck ach die scheiß Fuck von den Typen ja das wird für mich gewesen sein okay das werde ich nicht mehr auffall können das werde ich nicht mehr auffallen können mach mach ich nehm alle Kisten net aber ich labeling die Kisten okay wow wo kommt der Ball her ach doch ne Ball nicht zu machen nein du bist doch scheiße kisten türste ich bin raus es kann doch auch nicht sein dass diese scheiß sohn immer schneller ist als ich fühle mich echt ungerecht behandelt ja nicht ganz wie keine alters der typ schon sagt er für kam ein kräftiger und das war okay auch ich habe auch verkackte kann ich die aufs bin eigentlich das ist das denn hoffa kann er kann sein geblieben jetzt nicht die genau so wird es nicht machen so jetzt aber es war eine schnelle Runde scheiße heute ohne Witz ja die g so ist nicht noch ein Punkt geholt jetzt mit auf den Sack weiß wenn schweigste spiel scheiß werbe sind ja wirklich einfach an mir her um um scheiß so aber auch jetzt ich habe sie stelle darin für die Kindheit die ganz florent ein bisschen sondern wir machen den zu wir folgen ihm wir folgen ihm egal wie ich meine letzte simon klatsch auf seine lehrtaste ja muss ich und so dass wir nichts mehr schade der europäische das ist für die folge die falsche taste für den wora egal durch die bohrer hebe ich mir auf welchen braucht wird sich nein so wir schreien heute gefühlt mehr rum als dna und das ist schon ganz einfach so in der zweiten bohrer ein das war eine gute stelle so ist das wurde geeignet wenn ich den letzten Punkt machen das war ganz schön scheiße ob es lekt hier hat jetzt wieder ansetzen soll scheiß lecker was wird das denn hier so gut wäre wurde schon abgewäumt entspannen und da war es sehr gut also in der du oder andere oder ich mache einen Punkt aber kein Nutzer als weit schlechter zu wohl so ist es sicherlich dass es über den Händen kommt aber wohl abgewährt von den geilen Unicorn Jürgen Korn wurde und schon wieder ich das kann noch nicht wahr sein ich habe kein Fehler gemacht nein nein du spart egal das habe ich der New Play wird gleich erstmal gekämpft ja das habe ich auch gut knappe Runde jetzt können wir die Folge endlich beenden nach fast einer halben Stunde und jetzt werden wir diese Folge auch schon nach etwa 20 Minuten ich glaube ihr habt Spaß gehabt ich hatte zumindest mein Spaß ja total ich habe noch nie so viel Spaß gehabt bei einer Folge Speedrunners nächste Woche kommt die Folge vielleicht bei ihr das haben vielleicht auch nicht mal schauen und dann wahrscheinlich schon bis zum nächsten Mal bei Speedrunners haut rein ciao tschüss Tschüss uj tu Untertitelung des ZDF, 2020